Bitte fahren Sie weiter, Sie können hier nicht stehen bleiben. Wett'n das? Ja, aber Monsieur, das geht nicht. Da wollen doch auch noch andere durch. Das geht doch nicht. Ich kann alles, ich bin der Größte. Wollen Sie irgendwas trinken oder erwarten Sie einen? Ein Säftlein aus Orange. Oder ich nehme was ganz Perverses. Ein Viertel Erdbeere. Ich suche einen alten Freund. Das heißt, es ist sein Bruder, der ihn wiedersehen möchte. Alfred. Alfred was? Ist das ein Vor- oder ein Nachname? Ständer mehr. Er hat einen Spitznamen. Der Chemiker. Freddy der Chemiker. Der, den Sie suchen, der kommt schon eine ganze Weile nicht mehr, sonst wäre Ihnen schon aufgefallen. Er liegt normalerweise immer vor der Tür. Die Kunden treten sich auf ihm die Füße ab. Sie können seinen Platz annehmen, wenn sie wollen. Meine Schuhsohlen würde ich gerne auf deiner Fresse polieren. Mach's doch, wenn's für deine Schuhsohlen gut ist. Wenn ihr euch unbedingt prügeln müsst, dann macht das doch draußen. Wäre ich einverstanden, aber du wirst dich erkälten. Vielleicht legst du was um, eine Stola oder eine wärmende Tapete, sonst wird's Porchen kalt. Ich geh hinter dir her. Aber nicht zu nah, kein Flur. Nach dir, Ladies first. Bist du ein Freier? Aber nein, nachher gewöhn ich mir's Naschen an. Schön relaxen, Puppi. Du Sau, du Miese, du. Wünsche einem freundlichen guten Abend. Ich hab keine Zeit und wollte ein Häppchen knabbern. Lässt Sie das einrichten? Ich heiße Georges. Das freut mich für dich, Georges. Aber davon werde ich nicht satt. Dann mach mir mal ne Wurst mit Pommes frites, mein schöner Georges. Ich heiße Georges. Haben wir ein bisschen Salz? Ah, da steht er ja, der liebe Salz. Oh, la, 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 la. Lass doch nicht alle ans Ende, du blöde Schwein. Es tut mir schrecklich leid, es ist unabsichtlich passiert. Ich bin ja ein kleiner Toll. Hast du noch Platz da drüben? Die Pfütze hier geht auf meine Rechnung, Georges, ja? Jetzt nehmen wir mal was Frisches hin. Danke, mir reicht. Bleibt ganz ruhig, Jungs. War doch alles Absicht. Ich darf mich mal vorstellen, Jordan, Kommissar Jordan, ihr seid die weltberühmten Brüder Tourian, eins und zwei, anerkannte Messeartisten, Liebhaber frischer, ungefeilter Nutten. Sag Schweinebacke, ich hab gehört, ihr wollt mich frisch machen, ihr Schnuckels. Gut, ich bin einverstanden. Hau ich dir zuerst den Arsch voll. Gut, ich bin einverstanden. Mulligen, hol ist gut, ihr habt, ich bin einverstanden. Bee, finde ich sie zuerst den Regen. Das sind Wichser, hm? Was ist nur, Georges? Mein Essen fertig?